Die sehen aus wie die Scheiße vom Teufel. Hat man da in dieser Box integrierte Boxen? Nicht, das Licht geht aus. Gar kein Bock. Ah, das Licht geht wieder an. Sehr viel Bock. Es ist wieder so weit. Heute Abend kommt ein neuer Song von mir und Alex. Diesmal aber ein Song, wo wir uns selber zurücknehmen. Hinterfragen und selber mal schauen. Ist es alles so okay, wie wir leben? Gesellschaftsschwanz, voll in die Fresse. Corinna ist überall. Mir ist langweilig. Ich werde jetzt Influenza. Jungs, irgendein gotteswichtiger Bruder ist gerade hier in Rewe eingebrochen. Bruder, ich wünsche dir Glück, bis die Überrasch kommen. Wisst ihr, dass über 100 Menschen im Jahr nur davon sterben, dass sie versuchen, irgendwo Selfies zu machen und dann irgendwo dabei drauf gehen? Ich habe gar keinen Bock, ermordet zu werden. Ich habe wirklich gar keinen Bock darauf. Es müssen 21 ausscheiden. Das wird hart. Weißt du, was auch ausscheiden muss? Ausscheidungen. Ihr wollt mich fallen sehen, aber ich steige auf. Puh. Ja. Oh.